Hallo zusammen, ich bin Laura Schuler. Ich komme aus Langertal, ich bin dort aufgewachsen und ich war sehr viel im Lackhut. Ich bin mit 14 Jahren dort hergekommen und ich kann wirklich sagen, es hat meine Anhaltung geprägt. Ich habe dort gelehrt, aktiv zu sein und Verantwortung übernehmen. Ich war sehr aktiv im Konzertorganisieren, wir haben zusammen den Raum dekoriert, immer wieder die Barna eingerichtet und die Bühne. Wir hatten Gäste von überall, die zu spielen, von der ganzen Welt. Und ich habe dort angefangen, Musik zu machen. Jetzt bin ich Musikerin geworden, wird Chefleiterin und lebe im Moment in Stockholm. Ich bin sicher, dass Lackhut extrem wichtig ist für die kulturelle Landschaft von Langertal. Nicht nur für das Kulturelle, sondern auch für die soziale Entwicklung von Jugendlichen. Ich habe selber an meinem Beispiel erlebt, wie es ist, wenn man zusammen mit anderen ein Haus hat, wo man Freiraum hat, Ideen einfach umzusetzen. Und ich glaube, es wäre jahmer schade, wenn das zu lange Zeit nicht möglich wäre. Darum weiterhin so mit dem Lackhut und lieber laut als nichts.